Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic zusammen mit Fuchs. Hallo Fuchs. Hallo Moonboon. Wir befinden uns noch immer auf der SLS. Beziehungsweise im Prinzip nicht mehr. Wir befinden uns auf dem Schiff, das die SLS angegriffen hat und wollen den Traktorstrahl-Alarm nehmen. Mach nix, mach nix. Zu spät. Nein, ich wollte ja auch stunnen. Garstiger Hobbit. Garstiger. Wie du immer meines hättest. Haben wir Seiten? Natürlich. Autolinks. Autolinks? Wo da oben ist der Big Boss. ISS7 Kampfdroidenhüter. International Space Station 7. Alter, der ist der krass. Alter, der lernt mal tanzen. Ich glaube nicht, dass wir den Tanzen los können. Wir versuchen es einfach. Ja, aber der ist Gold und so über der Splat. Der ist Gold und so über der Splat. Der ist Gold und so über der Splat. Ich glaube, wir müssen als erst mal die Ads machen, bevor wir so einen großen angehen. Das war cleverer. Ja, wie immer auf die Ads. Ja, die machen halt echt damage, damage, damage. Das muss man hier tun. An einem Rädchen schrauben. Komm her, Rädchen. Dreh am Rad. Ich dreh am Rad. Zack. Energie von... Oh, 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 oh. Das ist explodiert. D2. War wo? Oder? D2 explodiert. Irgendwas. Wurden zurückgesetzt. Ach, das müssen wir gleichzeitig aktivieren, oder was? Ja, nice. Obergeil. Okay, dann clearen wir noch die andere Seite und dann... Strong. Und tun wir uns in ISS7. Das heißt, alleine kann man es gar nicht schaffen. Psst. Also, er steht jetzt, ne? Oh, nein. Was? Immer wenn ich mein Ding mach, mein Machtschlag auf ihn. Ich bin der weggeschubst. Level up nice. Hey, echt jetzt? Ja. Shit. Fuchs, ich hab schlechte Nachrichten. Warum? Wir können das Spiel nicht zusammen weiterzocken. Warum? Weil ich gerade mal kurz über einem halben Level bin. Ja gut, ich war auch erholt. Ah. Okay. Ach so, bleibst du hier, dann geh ich rüber. Ja, ich bleib hier. Danke. Wildenskraft um 3% erhöhen. Übernehmen. Warum hat sie eigentlich die Laserschwerter noch draußen? Als wäre sie noch in Fight. Bestimmt, weil der Boss uns sieht. Bereit? Jo. Eins. Zwei. Drei. Nice. Nice. Vier Sekunden, drei Sekunden, eine Sekunde. Bonus? Das ist nur ein Bonus. Das ist echt nur ein Bonus. Alter, wie ist es wrong? Alter, wie wir hier rumbonussen, gell? Ja. Ich like Bonus. Okay, soll ich rein? Ne, ich tu mir mein Pad rein. Baust du nicht? Du hast mich? Alles klar. Danke für dein Vertrauen. Ich hab sehr viel Vertrauen in dich. Alter. Bitte kick ihn mal kurz nicht weg. Ich mach mein... Ich kann so dicke nicht wegkicken. Okay. Sind wir wieder zu hart? Ey, was ist mit ihm? Der kann ja gar nichts. Ne, irgendwie nicht. Der wird so gemolken. Der wird total gemolken. Jetzt weiß ich mal, warum er ein Bonus ist. Er hat es nicht geschafft als Hauptcharakter. Deshalb ist er schon nur der Bonus. Aber er ist ein End. Oh, und er droppt blau. Oh, und er droppt. Oh. Strong. Alter, wie nice, dass das ausschaut. Wie nice ist das genau für mich? Ich will sofort anziehen. Dieser Gegenstand wird in eine permanent gebunden. Ja, kommt, sieh's an. One nice. Hä? Bin das ich? Ja. Shit. Können wir bitte die Quest abbrechen und für immer so rumlaufen? Das ist mein Spruch. Ich weiß. Ich aktiviere das hier. Ich glaube, dass wir wieder zu zweit aktivieren. Lex sich strong aus. Finder einen Fluchtweg. Oh, oh. Du siehst aus wie... Oh, shit. Bobby Warren und so, ne? Hier geht's ab. Ja, ich hab's so eine cool... Lässt er einfach weg. Ich hab mir so eine coole Robe, Mann. Wie die Kote, wo du daheim hast? Ja, genau so. Die ziehst du das nächste Mal an, wenn wir zacken. Oh, der ist auch wieder Platin. Oh. Vielleicht kommt der auch nochmal so was cooles. Das ist ein anderer, gell? Der tausend weniger Gesundheit. Weniger? Ja. Also, auf geht's. Kommt der Stein geflogen. Oh, schau mal, die... Die ist der Schwert an. Oh, ist das? Oh, 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 oh. Oh Gott, ich will da raus. Ich will da raus. Ich bin auch raus. Ja, wo Schilder tickt. Ich stirb. Worte ich heilig. Vielleicht soll man rein und nicht raus. Das kann auch gut sein. Vielleicht muss man echt sein. Ach, du scheiße. Nimm mal ein Stimm. Wir haben ihn. Was ist das? Zielgenauigkeit auswärtig. Erfordert Generator. Kraft Generator. Der Esel ist Kommand. Was ist das? Ich mach mal Gier. Das ist für Dinger. Vielleicht soll die, wo wir zu Blaster und sowas umgehen. Ah. Okay. Okay. Alles klar. Andere Seite. Ja? Du musst den Gegenstander looten. Du erhältst? Sicher? Nee, ich hab ihn. Kraft Generator. Ah. Das war mal eine Auszeichnung. Dü, 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 dü. Bist du da mal rauchen? Ja. Hehe. Was ich alles weiß. Weich mal frage ich mich, wer von uns beiden der Fuchs ist. Hehe. Oh. Ja, schlecht. Lass uns raus. Lass uns raus. Aus dem Boden raus. Also. Aus dem Boden raus. Macht's eigentlich deine Maus keine Probleme hier im Spiel? Nee, überhaupt nicht. Was ist wrong? Weil hier nur ein Fenster geöffnet ist. Oh, der Geenaftierungsebene. Bestimmt für die mal Prinzessin Leia. Meinst du? Da sind wir ein bisschen zu früh dran. Da hinten wieder der Goldene. Ohr. Ed Schuster an. Jetzt kommt die 5. Und jetzt kommt da der Oberding. Ach so, das wäre so ein Frostfall. Ach so. Leck ich glüh. Da sind Goldene. Ja, Freis Goldene. Machst die aber auch, wenn's Alleinkommen rein, ne? Ja, langweilig. Das wäre too easy. Too easy. Oh, mein Begleiter geht drauf. Soll ich mal heilen? Can you heal him, please? Ja. That would be very nice of you. Strong. Alter, wie viele Viecher wir schon erlegt haben. Ich wusste gar nicht wissen. Sind wir hier übrigens richtig? Ja. Nur noch ein langer Weg vor uns. Das wird vielleicht sogar ein Vierteiler. Hey, ohne Scheiß. Was ist eigentlich los mit dem Spiel? Wir machen die Flashpoints 10 Stunden lang. Mindestens. Damit jeder einen kleinen Raid hat, wenn er einen Flashpoint machen will. Der trifft sich dann Samstagabend zum Flashpoint machen für 4 Stunden. Oh, war cool. So, machen wir's. Und wie viele Mobgruppen hier aber aussehen, gell? Ja. Mit mal so einen Storyabschlinder kommen. Die sind so gierig. Ich glühe. Ich muss ihn töten. Bam. In your face. Oh, ich sollte mal looten. Ja, ich auch. 37 Credits. Du hast keine Erlaubnis, das zu plündern. Oh. Äh. Oh. Warte mal, die lassen wir in der Luft. Dein Ding geht dran. Der geht nicht dran. Der lässt den schön in Ruhe. Hör dich. Tot. Warum lassen wir den in der Luft? Ja, es kann man ja nach Köln, ne? Ah, okay. Ich hab bloß auch, vielleicht kommen wir nach mir. Schlachtschiff, Kampfflüge. Schenkst du mir einen zum Geburtstag? Zu einem. Oder zu Weihnachten? Das kommt. Mach ich. Nice. Wo müsst ihr da runterspringen? Aber du hast mir auch nicht die Stripperin geschenkt. Was für eine Stripperin? Was für eine Stripperin? Das hatten wir in der WW-Reihe ausgemacht. Müssen wir wirklich da runterspringen? Ich bin jetzt schon unten. Ey, es tut mir ziemlich weh, wenn ich da runterspringen. Oh, da kommt bestimmt das Müllmonster. Oberstrong. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich muss mich heilen. Dü, 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 dü. So, Müllmonster. Komm nur. Come at me, bro. Was war das eigentlich nochmal für ein Monster? Man weiß es nicht. Es war eigentlich so eine Schlange. Aber es ist cool, wie sie es nachempfunden haben, gell? Am Todesstern. Wie meinst du das? Weil da war es auch so, du, ähm, die sind dann über die Gefangenenquartiere, Inhaftierungsebene, waren wir ja vor auch. Und dann sind sie von da in das Abflusskanalsystem und Müllsystem. Genau wie wir jetzt auch. Wir spielen einfach die Story voll nach. Nee, tun wir nicht. Aber das wäre cool. Das wäre echt cool. Das kommt bestimmt doch. Ey, wir haben, wir haben böse Musik. Das ist doch gute Musik, oder? Ja, aber warum? Warum kommt das jetzt? Vielleicht, weil der hinten der Boss ist. Das wäre geil. Warte mal, ich mache, ich spiele ein Fünfer, ne? Oh Gott, imperialer Offizier. Ist das was Schönes? Ich kann ja gar nichts, nee. Das ist ein normaler Mob. Ja, das sind alle normal hier, gell? Also für die Musik hätte ich mir jetzt schon ein bisschen was. Ja, das kommt vielleicht. Wir müssen zwar am Finale wahrscheinlich. Ach, geht's hier weiter? Was ist denn dann da hinten? Du musst hier auch mithacken. Ja, warte, ich will noch. Da hinten gibt's bestimmt was. Dann gehen wir mal dahinter. Ah, warte, nee, das ist bestimmt der Ausgang, oder so. Ich muss mithacken. Jetzt schau ich noch. Hätte ich bloß nichts gesagt. Da gibt's echt noch was. Ja, das dachte ich mir. Aber ohne keine Mob, halt. Waren wir hier schon. Das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß nicht. Ich bin mir hier gelandet am Anfang und sind halt in die andere. Ja, sind wir. Sind wir. Kommt gut zu sein. Sind wir, sind wir, sind wir. Die, 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 die. Er fordert rein und wandelt sie um. Sensen schon, genau, in 6 Laden. Perfekt. Achso. Nice. Oh. Siehst du gut aus. Allerdings. Sieht die gut aus. Ne. Doch. Ich seh besser aus. Die hat Zottel. Die kann man hinken. Lol. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Der Darth Vader. Er steht jetzt. Das ist nicht der Darth Vader. Schaut aber genauso aus. Sammeln. Oh. Hast du gesehen? Ja. Alter, wie nice. Er macht halt voll auf cool. Hat er sie getötet? Ja. Endlich. Ein echter, lebendiger Jedi. Wie sehr habe ich mich darauf gefreut. Ein wahrer Sith hält's nicht lange ohne echte Herausforderung aus. Ja, sie lebt noch. Ja. Das war's dann. Der Tod wird euch nie verraschen. Ich bin der Tod. Einen gefährlichen Feind zu zerstören, das ist der Weg eines wahren Sith. Wenn ich euch das Herz aus der Brust schneide, werden eure Jedi-Gefährten eure Niederlage spüren. Und mein Meister auch. Die Zeit der Gespräche ist um. Ihr habt recht. Worte sind nicht. Oh lol. Oh Gott, das ist ja eine Pussy. Schau was, ihr Frau. Wer ist doch der jetzt? Ja. Ich bin der Bi. Halt mal, das ist er. Mit dem Kämpfen, der gerade, wenn wir die Ats machen. Ähm, mit einem Gefährten. Strong, ich mag deinen Gefährten. Achtung. Ah, der Machtschlag ist einfach so immer. Oder Meisterschlag. Der Tötungsschlag. Oh, der wirft es ja nicht mehr durch die Gegend. Oh lol. Oh, der wirft es an. Sieh. Mit dir noch. Nimm mal viel. Na ja, zogst du. Raus da. Da wäre er vorgetroffen. Vielleicht können wir ihn jetzt selber so reinschukern. Das ist so geil. Ich kann ihn immer wieder auf ihn draufspringen, wenn er mich rauswirft. Mächtig. Wo ist die Musik jetzt, wenn man sie braucht? Ich lade die Tränen unseres Turbulators auf. Oh, strong. Und es ist blau. Oh ne. Hey, ich check das nicht. Brauche ich das? Ja. Brauchst du das? Das brauchst du. Nice. Wie ich hier durchlude. Ja. Like a pause. Keine Farbe? Warum ist das keine Farbe? Ah, das gucke ich mir nachher mal in Ruhe an. Okay. Wo geht's lang? Hier. Ach, in die Fähre. Nein, die liegt am Boden. Ach, die liegt am Boden. Warum liegt die Fähre am Boden? Na los, ab in die Fähre. Wir müssen uns beeilen. Warte mal. Wenn wir schnell genug starten, können wir es vielleicht schaffen. Seid ihr bereit? Oh nein. Was geht's? Siehst du, wir können sie da lassen, theoretisch. Legst du es hart. Ich bin genau hinter euch, Botschafterin. Hoffen wir, dass Haken den Hyperantrieb bereit gemacht hat. Na los. Oh, der ist das hart. Du bist so lieb. Hä, du kannst es doch nicht einfach da lassen. Was sind das? Du würdest auch nicht da gelassen werden. Ich würd schon auch sitzen lassen. Aber nicht auf einem imperialen Frachter-Kampfschiff. Doch. Doch, jeden Abend. Oh lol. Kommt der Elefant wieder. Du dürfst ja jetzt eigentlich auch gleich der Ablaub sein. Fehlt noch ein kleines bisschen. Ja, das kriegen wir jetzt dann. Ich weiß nicht, ob es reicht. Wir wurden Kartell mal an Münzen hinzuschrieben. Warum? 100 Stück. Gib mir welche. Ich hab' Emote besessen. Und Emote besingen. Boah, was ihr schon alles kaufen könnt. Ich bin schon voll im Shopping-Wachen. Ich wär schon froh, wenn ich einfach mal mehr Inventarplätze hätte. Das ist eine Scheiße. Dafür hab ich früher Geld gezahlt. Dreckiges Dreckspiel. Aber doch nicht. Beteiligen. Jetzt kommt der coolste wieder. Er wundert sich gar nicht, dass ich eine neue Rohbahn hab. Nee. Nice, mit Lichtgeschwindigkeit. Geschafft. Wir sind sicher. Das hätte niemand außer euch gekonnt. Ihr habt uns gerettet. Vielleicht der Fuchs noch. Wir alle verdanken euch unser Leben. Passagiere und Crew des republikanischen Transporters Essilis. Danke. NP, NP. Es war mir eine Ehre, euch alle zu beschützen. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle verloren. Wir verdanken euch alles. Ich habe bei allen auf dem Schiff gesammelt. Hoffentlich könnt ihr mit diesen Credits anderen in Not helfen. So wie ihr uns gerettet habt. Ja, genau. Ab ins Casino. Bitte, behaltet die Credits. Ihr werdet sie dringender brauchen als ich. Hast du das jetzt wirklich gemacht? Ja. Ich bin so gut, Fuchs. Ich weiß. Was ist mit ihr los? Sie die Agendin? Botschafterin Azara. Wie schön, dass auch ihr wohlbehalten zu uns zurückgekehrt seid. Schön, wieder hier zu sein, Haken. Nur gut, dass alles endlich vorbei ist. Wir sind endlich sicher. Ich möchte euch noch einmal für alles danken. Helden wie euch findet man nicht oft. Und die Republik braucht jetzt mutige Leute. Zieht mich nicht mehr in eure Angelegenheiten, Rainer Azara. Ich muss mich um Dringenderes kümmern. Aber nicht im Traum. Ich muss euch aber warnen. Großmorph Kilran wird nie vergessen, was wir getan haben. Etwas trotzdem sitzen lassen. Nein. Wenn Kilran an einen Sieg glaubt, dann täuscht er sich. Seid einfach ab sofort wachsam. Kilran steckt voller Überraschungen. Aber genug davon. Wir alle sollten uns nun entspannen und den Rest der Reise genießen. Danke nochmals. Und viel Glück für die Zukunft. Jetzt sehe ich meine Haare gar nicht mehr mit der Mütze. Das regt mich auf. Das stimmt. So. So, sind wir hier vorgehen? Ja, und du Kurs festlegen. Kurs nach Coruscant. Ja. Ja, Coruscant. Das würde ich jetzt so gerne in meinen Relief sehen. Coruscant? Nee. So. Ein Überraumsprung. Mhm. Strong. Ich auch. Mopsgeschwindigkeit. Nein. Nenn, bitte nicht Mopsgeschwindigkeit. Warum denn? Von allen Namen, wo es in Science Fiction gibt, für einen Hübersprung oder einen Slipstream oder irgend so einen Scheiß, aber nicht Mopsgeschwindigkeit. Warum denn nicht? Fuck, weil es ein Drecksfilm ist. Der ist doch gut. Nee, ist nicht. Findest du nicht? Nee. Einer meiner Lieblingsfilme. Boah, da gibt es Belohnung. Und natürlich kriege ich wieder was nicht. Erfahrungspunkte, Sozialpunkte, helle Seidepunkte, Zuneigungsgewinn 105. Ich morgens, ich habe ein neues Nitschwert bekommen. Was ist denn das da? Ja, vor der Dunkel, eins oder höher. Ja, nice. Flüge Gruppenmitglieder als Freunde hinzu. Sind wir doch schon. Und wie es mir nicht reicht fürs Level Up. Gerade so nicht. Garstick. Okay. Coruscant. Wir sind raus. Ciao, ciao. Tschö.